Im heutigen Roblox Adopt Me Video gucken wir uns das nagelneue Update von Adopt Me an. Wir hatten das Black Hole Event und können jetzt unsere Pets färben. Ihr habt richtig gehört. Vergesst natürlich nicht den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spiele ich wieder Roblox Adopt Me. Heute ist Donnerstag und das bedeutet, Adopt Me hat ein Update. Und zwar glaube ich, wir bekommen eine neue Map. Ich weiß nicht Leute, ein paar Tage ist jetzt das Black Hole da. Und wir sind jetzt knapp 20 Minuten bevor 17 Uhr ist, denn da wird irgendwas passieren. Adopt Me hat gesagt, man muss 10 Minuten davor da sein, denn wir haben ein originales krasses Live Event. Leute, ich konnte auf keinen Fall dieses Live Event verpassen. Das heißt, ich sitze jetzt hier und warte noch 10 Minuten, bis hoffentlich irgendwas passiert. Da sind wir gespawnt und die allerletzte Casey ist hier. Sie ist ein Junior und Adopt Me hat gesagt, wir müssen unbedingt die Musik anmachen. Später. Wir haben jetzt noch genau 15 Minuten und ich stehe jetzt gerade am VIP-Eingang. Also ich habe mich einfach nur hier zu den Pets geteleportiert und wir gehen jetzt zum allerersten Mal raus. Ich habe keine Ahnung. Also die haben gesagt, 10 Minuten davor startet das Live Event. Wir gucken aber jetzt einfach mal raus, ob schon sich irgendwas geändert hat. Ähm, was? Okay, und die Musik so, hey, Adopt Me wird eingesaugt. Yay! Oh mein Gott, das nächste. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt gerade mit Casey zum Baden gehen und dann kommt das nächste Teil geflogen. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Wir haben noch ein bisschen über 9 Minuten. Ähm, ich... Oh Gott. Oh Leute, ich glaube es startet. Hört ihr die Musik? Um Gottes Willen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich, ich halte schon, ich halte die Casey schon die ganze Zeit fest. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Oh mein Gott, jetzt kommen die... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die ganzen Bäume. Die Schule ist aber noch da. Wir sind noch da. Aber jetzt wird es echt ernst. Der Zombie, der glaube ich, will uns komplett verschlingen, Leute. Ich bin so gespannt. Ich bin einfach so unfassbar krass gespannt. Ich habe auch das Gefühl, dass das schwarze Loch immer größer und größer und größer wird. Und hier hinten, wenn man steht, dann wackelt alles furchtbar. Das kann ich gar nicht. Aber hier draußen passt alles und... Oh mein Gott, Leute, noch eine Minute. Noch eine Minute und dann werden wir erfahren, was tatsächlich passiert. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh Gott, alle Bäume. Es gehen alle Bäume. Die Schule steht immer noch. Die Schule steht... Mein Haus steht... Das habe ich dahinter gestellt, weil sonst sieht man immer das Home. Ähm, das steht noch. Hier Hot Springs steht noch. Oh Gott, hört ihr die Musik? Oh mein Gott, Leute. 37 Sekunden. Aber es steht noch so viel. Es steht noch so viel. 30 Sekunden. Oh mein Gott. Ich so, es steht noch so viel und es geht... Oh mein Gott, es geht alles. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Wir werden reingezogen. Oh, lauf. Nein, 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 nein. Wir haben keine Chance. Leute, seht ihr das? Ich möchte nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Ähm. Wir haben keine... Ich glaube, ich... Oh Gott. Zwei Sekunden. Eine Sekunde. Oh Gott. Nein, 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 nein. Kann ich das aufhalten? Nein, ich kann es nicht aufhalten. Oh mein Gott. Hauptsache, die Casey muss duschen. Oh mein Gott. Wir... Ähm, wir fliegen. Okay, so. Ich fühle mich krank. Ich bin so krank. Ähm... Ähm... Hilfe? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ähm, habe ich irgendwas... Muss ich mich neu einloggen? Mein Pferd möchte zu den Hot Springs. Aber es gibt keine Hot Springs. Weil, also wir sind... bei... Also... Hier oben, also... Ich hätte vielleicht ein Flugpad gebraucht. Oder so. Jetzt wartet mal. Kann ich ein Flugpad holen? Irgendein... Achso, du bist kein Flugpad. Moment. Du bist eins. Fly. Okay, I can fly with you. Oh, guck mal. Da ist es... Seht ihr das? Da ist... Da ist das Black Hole. Aber ich kann mich nicht bewegen. Leider. Okay. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, ich habe mich neu eingeloggt, Leute. Ich habe mich neu eingeloggt. Ich konnte mich nicht bewegen. Gar nichts. Ähm... Ich habe versucht zu flie... Ich habe versucht zu fliegen. Ging auch nicht. Und Leute, ich habe mich einfach neu eingeloggt. Und guckt mal, was hier steht. Adopt me jobs. Jobs and roleplay update. Pizza shop is now hiring earn a 50 bucks a day. Pamper your pets in the new salon. Recolor your pets. Seriously? Nice. Ähm... Let's go to the pizza party. Okay, die Casey möchte zum Pizza Party. Ich habe keine Ahnung, ähm, wo die ist. Wir haben neue... Seht ihr das? Wir haben neue so... Icons. Wir sind da. Da ist das Black Hole. Ist es umge... Zogen? Gefühlt ist... Ähm... Hat sich irgendwas verändert? Now hiring. Pizza place is now hiring. Hier sieht es ein bisschen anders aus, oder? Oh, hier kann man... Kann man jetzt seine... Seine Pets, ähm, quasi anmalen. Oha. Aber ansonsten hat sich... The server is closing for an update. Eine Ewigkeit später. Okay, wir sind zurück. Und was wir machen wollten gerade ist, wir wollten auf jeden Fall in den Pizzading reingucken. Wir wollten eigentlich auch, ähm, mein Pferd vielleicht eine andere Farbe anmalen. Und wir wollten gucken, was sich geändert hat. Also gefühlt... Also... Ähm... Is it just me? Also es sieht die Map genauso aus. Vielleicht hat sich innen drin was verändert? Eventuell? Ähm... Nee, oder? Ja. Vielleicht in der Schule? Ähm... Sieht nicht so aus. Oh, Leute, ich wollte gerade zum Salon fahren. Pamper your pet is at the salon. Ähm... Jetzt sehe ich hier Roleplay. Wir haben jetzt nicht nur Wings, sondern auch Roleplay. Oh mein Gott, ich bin schon so gespannt, was wir, ähm, bekommen werden in der Zukunft. Aber, ähm, bevor die Zukunft beginnt, ähm, fahren wir mal ganz kurz zu dem, äh, zu dem Salon und gucken, ob wir tatsächlich was machen können. Ob es Bugs kostet und ob es Bugs kostet und ob es irgendwie cool ist, denn bis jetzt muss ich ehrlich sagen, ähm, hat sich das Black Hole irgendwie nicht rentiert. Es ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe, bis auf ein neues Haus haben wir dazu bekommen. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, habt ihr das Ganze verstanden? Also, ich habe schon verstanden, dass der Zombie unsere Welt aufschlucken wollte und jetzt kriegt er Geld durch diesen neuen Shop. Also, ihr seht hier, natürlich, hier fliegt das Geld raus, aber hä? Äh, I don't know, ob das wirklich Sinn macht. Uh, oh, hier ist es mega schön. Pet Hair, Haircut, Shampoo, Nails. Oh mein Gott, das ist cool. Grab Donut, ja cool, hier kann man sich auch einen kostenlosen Donut holen, das ist nice. Ähm, falls man sich das nicht holen will, äh, will im eigenen Haus, das ist cool. Also, ich habe das in meinem Haus. Hier kann man sich hinsetzen, ähm, das bin ich. Das bin ich. Now hiring, 15 per minute. Okay, wir haben halt tatsächlich jetzt, ähm, das ist mega cool, wir haben jetzt wirklich Jobs in Adopt Me. Und dadurch kann man natürlich auch mega cool hier Roleplays machen. Die Frage ist jetzt nur, ähm, now hiring. Okay, ich nehme jetzt mal den Job an, ähm, I don't know how, wartet. Oh mein Gott, ich bin's. Ähm, warum habe ich jetzt 18 Bucks bekommen, weil wir hier drin standen? At work, I'm at work. Habe ich, habe ich jetzt aus Versehen drauf gedrückt? Okay, schade, okay, ich kann 50 Bucks verdienen. Die Frage ist nur, wie? Open door. Ähm, hello? Now hiring. Okay, äh, wir, ähm, was? Guck mal, das ist ja auch cool. Was ist das? Grab pay bonuses. Okay, ich kann quasi auch Manager sein. Kann ich auch Manager sein? Position field. Jetzt bin ich krasser Manager. Oder auch nicht, also, ich hab 10. Wartet, muss ich hier drin bleiben oder bekomme ich die 10 Bucks auch so? Weil bis jetzt habe ich nichts gemacht. Also ich habe, also gefühlt nichts gemacht. Bin mir nicht sicher. Wie kann ich denn jetzt mein Pet, ähm, dry hair, wash hair, hold on, uncolored pet. Ja, wie kann ich denn das Pet, wartet, sit, grab hair, ich möchte mein, mein Pet färben. Ähm, jetzt wartet hier, oder nicht? Oder nicht? Doch. Wartet bitte. Ähm, 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 äh, hm. Später. Wir nehmen das. Done. Okay, 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 ich hab, ich hab die Farbe, ich hab die Farbe. Wartet bitte. 10 Bucks, yes. Wartet. In welche Richtung sprühe ich denn? In irgendeine falsche auf jeden Fall. Aber, oh mein Gott, guckt mal. Oh mein Gott. Die Casey ist jetzt, ähm, äh, Hautfarbe. So, und jetzt gehen wir hier hin und dann machen wir uncolored pet. Lol. Your pet's color hair dye has faded. Okay, nächste Farbe, nächste Farbe. Ein paar Sekunden später. Wir nehmen Türkis. Ähm, okay, okay. Oh mein Gott, das ist nicht unser Ernst. You don't let me. Jetzt ist unser, oh, das ist, das ist, das ist so cool. Das ist so cool. Und, ähm, guckt mal und, ähm, Leute, ne, ich, ich, also, also, letztendlich, ne, also, ihr müsst einfach so einen Job annehmen, kurz auf Toilette und dann habt ihr 50 Bucks. I'm just saying. I'm just, I'm just saying. Ähm, jetzt hat mein, wie ist denn das jetzt passiert? Hab, hab ich da jetzt nochmal drauf gedrückt? Und jetzt ist mein Pet komplett, also, jetzt hat mein Pet auch, ähm, die Mähne und den Schweif. Ich bin mir grad nicht hundertprozentig sicher, wir probieren es jetzt nochmal. Diesmal nehmen wir so einen Marv-Ton. So, wartet. Und wir sprühen jetzt zweimal. Einmal. Zweimal. Oh mein Gott, das ist so cool. Also, falls ihr komplett euer Pet besprühen wollt, dann müsst ihr einfach zweimal draufklicken und dann habt ihr ein quietschrosanes Pet. Als letztes sind wir in der Pizzeria. Ich kann euch nicht sagen, wie es davor aussah, gefühlt, weil ich war bei meinem allerersten Video hier drin, ansonsten irgendwie nie wieder. Aber ich muss hier ja irgendwie auch den Job annehmen. Ja, hier stehe ich. Wartet. Wartet. Äh, da muss ich drauf drücken. Okay. We're closed. Ah. Okay, also, das heißt, man kann diesen Job nur ausüben, wenn es halt auch, ne, also, am Tag ist. Das macht Sinn, aber guckt mal, wie niedlich ich aussehe. Oh mein Gott. Das ist mega. Das bedeutet, jeden Adopt-Me-Tag können wir das Geld bekommen, das unsere Pets uns geben. Ähm, und wenn man erwachsen ist, ich weiß nicht, wenn man, wenn man, was passiert, wenn man ein Baby ist. Wartet bitte. Oh mein Gott. Wenn ich mich jetzt als Baby mache, verschwindet das Pad nicht mehr. Das ist ja cool. Okay. Ich bin jetzt ein Baby, kann ich jetzt trotzdem... Okay, dann werde ich automatisch groß. Okay. Das bedeutet, ihr müsst euch ja letztendlich entscheiden, ob ihr diese Jobs machen wollt. Oder ob ihr klein seid und letztendlich doppelt so viel Geld verdient und das gleiche macht wie davor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Update mega cool. Ich finde es schade, dass die Map sich nicht geändert hat. Ähm, weil, warum eigentlich nicht? Also, ich habe irgendwie erwartet, dass wir eine komplett neue Map bekommen, Leute. Aber ich muss trotzdem sagen, das Update ist trotzdem ziemlich cool. Denn ich finde es mega. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es einfach nur mega, mega cool, dass wir jetzt unsere Pets in irgendwelche Farben färben können. Es ist so cool. Guckt euch Casey an. Sie ist einfach rosa. Und dass man entscheiden kann, ob man die Mähne und den Schweif oder was auch immer die anderen Pets haben, eben mitmacht oder nicht. Das finde ich so unfassbar cool. Aber ob man jetzt da ein komplettes Black Hole Event dafür braucht? Ich hätte gesagt, definitiv nicht. Ich danke euch für's Zuschauen. Lass sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.